...20 Jahren Football. Als Kind träumt man davon, beim Superbowl zu spielen. Man schafft es und man denkt, ah, so ist das also. Und beim zweiten Mal denkt man, ich verliere nicht nochmal. Aber man tut es doch und man fragt sich, wie können wir bloß auch mal gewinnen? Wieder zu verlieren. Nachdem man so nah dran war, das nervt. Es ist mein Traum. Ich werde alles tun, damit ich nochmal um diesen Sieg spielen kann.